Lass die Banane los Früher war es kinderleicht, einen Affen zu fangen. Der Jägersmann ging dafür einfach in den Wald, suchte sich eine reife Kokosnuss und schnitzte ein Loch hinein, das genauso groß war wie eine Affenfaust. Dann trank er die süße Milch der Kokosnuss und schnabulierte ein wenig von ihrem weichen Fleisch. Nach der Mahlzeit befestigte er die hohle Kokosnuss mit Hilfe eines dicken Seils oder eines Ledergurts an einem Baum. Dann versteckte der Jägersmann noch eine Banane in der Kokosnuss und ging nach Hause. Man konnte jede Wette darauf eingehen, dass bald ein Affe die ausgehüllte Kokosnuss mit der Banane darin entdeckte und versuchen würde, die gelbe Frucht herauszuholen. Aber das Loch in der Kokosnuss war nun mal gerade groß genug, dass der Affe seine Faust hineinstecken konnte. Mit der Banane zusammen aber ging das nicht mehr. Bei der Rückkehr des Jägersmannes hatte der Affe dann schon stundenlang vergeblich versucht, die Faust samt Banane aus der Kokosnuss zu ziehen. Angesicht seines menschlichen Widersachers verstärkte er seine Anstrengungen noch einmal. Das einzige, was der Affe tun musste, um frei zu kommen, war, die Banane loszulassen. Dann hätte er die Faust aus der Kokosnuss ziehen und das Fersengeld geben können. Aber ließ der Affe los? Natürlich nicht, weil nämlich Affen unwillkürlich denken, das ist meine Banane, ich habe sie schließlich entdeckt und deshalb gehört sie mir. Auf diese Weise konnte man jeden Affen fangen. Mit Menschen ist das nicht anders. Angenommen, ihr geliebter Sohn stirbt und sie können einfach nicht aufhören, um ihn zu trauern. Sie müssen ständig an ihn denken, können schon kaum mehr einschlafen oder sich auf die Arbeit konzentrieren. Warum? Sie müssten nur die Banane loslassen und könnten weiterleben, ohne so viel zu leiden. Aber sie können nicht loslassen. Und zwar nur, weil sie denken, er war mein Sohn, ich habe ihm das Leben geschenkt und deshalb gehört er mir. Mehrere Mütter haben mir von dem Moment erzählt, in dem sie ihren Neugeborenen zum ersten Mal in die Augen gesehen hatten. Dabei, sagten sie, war ihnen intuitiv klar gewesen, dass dieses Menschlein nicht allein von den Eltern gezeugt worden war, dass es sich vielmehr um ein Lebewesen mit eigener Vergangenheit und Individualität handelte, einen Fremden aus einem Unbekannten irgendwo, der da in ihr Leben gekommen war. Mutter und Vater dürfen sich um dieses Lebewesen kümmern, es ernähren und lieben, aber nicht in Besitz nehmen. Leider vergessen viele Eltern das im Laufe der Zeit und wollen ihre Kinder zu ihrem Eigentum machen. Und wenn es dann an der Zeit ist, sie gehen zu lassen, schaffen sie es nicht. Wenn sie sich nur daran erinnern könnten, dass nie ein Mensch einen anderen besitzen kann, auch nicht das eigene Kind. Dann würden sie sich auch nicht einfangen lassen wie ein Affe und aus Trauer leiden. Jemanden zu lieben heißt immer auch, ihn eines Tages gehen zu lassen. Jemanden zu lieben ist, sie gehen zu lassen.